hallo und herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt wieder ein neues video von mir wir machen kirchling nochmal gleich an akzent kalender auf liebe leute und ja vorab gar nicht mehr könnt ihr keine abbegegnungen keine abbegegnungen ganz einfach einfach ein kommentar gar lachen warum man gewinnen will also einfach nur hingreifen ich möchte gewinnen weil ich arm bin oder war ich wie bei ja lacht euch noch einfallen warum ihr gewinnen wollt einfach nur einkommen karger lachen jeder darf nur einkommen karger lachen so um 19 uhr wurde der gewinner bekannt gegeben hab hochgegnungen bei community hochgegnungen bild also auf meinem kanal bei community hab hochgegnungen bild von gegen jenigen der gewonnen hat und der gewinner hat den bich freien freundlich uhr scheint dein gewinn abgeholt wer hätte der gewinner dein gewinn nicht abholen verfällt der gewinnen so alles kapiert gut ich fache es nochmal gucken keine abbegegnung einfach ein kommentar gelachen warum man gewinnen will der gewinner wog um 19 uhr bei community bekannt gegeben hab hochgegnungen bild von gegen jenigen dein kommentar und der gewinner hat den zeit bis freien freundlich uhr kein gewinn abgeholt wer gewinner ein gewinn nicht abholen verfällt der gewinn so gehen gucken wir mal rein in kircheng nummer gäst quacholko gibt für nummer gäst an aquan kalender wir haben 200 bank pulver kann aber nur einer wieder kann nur einer gewinnen so das hier ist bekannt wirklich kann alles nur einer gewinnen so gehen haben wir hier noch was ist adern groben gewehr adern groben gewehr koppel egelmen koppel egelmen koppel egelmenk ist narkufeuer also narkufeuer so narkufeuer so gehen aber hier noch nahkampf waffe aber krieg ich keine vor einer auch koppel egelmenk nahkampfwaffe narkufe und füchers also narkufeuer so 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 narkufeu und ja ich gerne auch sie wieder gegen kook also von daher ja schon geil das ist alles heute in der event Einer von euch kann das gewinnen Einfach einen Kommentar gelachen, warum du das gewinnen willst Einfach geilen, ich bin arm Oder beispielsweise, ich bin arm Weil ich hab noch eine rechte Gewicht Und wie du auch, macht euch was einfallen Einfach einen Kommentar gelachen, warum du das gewinnen willst Und der Gewinner wird um 19 Uhr Auf meinem Kanal bei Community Gab hochgeschickt ein Bild Von denjenigen, einen geilen Kommentar Und dann Der Gewinner hat den Tag bis vor Anfang Die Uhr, den Gewinner abgeholt Also, das gibt Polku gewinnen Ihr habt Begegnadern-Grobengewehr, Goppe-Element Dennoch die Nahkampfwaffe Hier, Goppe-Element Und noch Weihungack, Wengenpulver Wir können euch nochmal die Nahkampfwaffe angucken Von der Leuke, das ist die Nahkampfwaffe Die gibt das Kuh gewinnen Dennoch das A-Grobengewehr Und dennoch V-Junga-Bengenpulver Einer von euch kann das gewinnen Der Gewinner wurde um 19 Uhr Auf meinem Kanal bei Community Gepocht Gepocht Von denjenigen, einen Kommentar Und der Gewinner hat einen Tag, bis vor Anfang 30 Uhr, geilen Gewinn abgeholt Deut der Gewinner, geilen Gewinn Mich abholt, denn verfehlt der Gewinn So, ich wollte mal gern wieder gegen uns bei der nächste Kirche in Wiga, liebe Leute. Bis dahin, ciao, ciao, wow, wow.